Bei Ezer HaShem Tainis darf Judalit. Wir haben noch eine schliche Reihe genommen, ohne die Barschure Tonichode. Die Gemäle bringt an Idoin zu Noshimu, Uborois und Menikois, sie darf man fasten bei der Tainis Zibu. Hier sind drei Breises, Tonichode, Uborois und Menikois, mit Anis, Borischöneis, und ein mit Anis, Barachroenis. Das heißt, die erste Tainis sind fastän, ja, und später darf man sie nicht fasten. Bei Tainis in der zweiten Breise haben wir gelernt, mit Anis, Barachroenis, und ein mit Anis, Barachroenis, der erste fastän sie nicht, und der zweite Jahr, und Taini in der dritte Breise haben wir gelernt, ein bis Anis, Loi Borischöneis, oder Loi Borachroenis. Das heißt, es wird drei extra Schittes. Das heißt, die Gemäle, Oma Rav Ashi, in der Koeitem Zeisse bei Yodkho, die mit Arzun Kulu, und das ist nicht die Mitte der Tainis. Und wir haben gelernt, dass es dort drei Siderots von Tainis Zibu, dass es dort auch drei Tainis, zwei, fünf, sechs, zwei, wir haben hier noch ein paar Siderots von drei, und wir haben hier sieben, dass wir sieben gemacht haben, in der zweite Breise haben wir gelernt, wenn wir fasten, wenn wir fasten, beim Zürich darf man fasten, der erste darf man nicht fasten, und die letzte sieben darf man nicht fasten, nur die Mittele darf man fasten. Jetzt bald einmal sagen wir das zwei, und wenn wir uns das Zürich schmeißen, die drei Breise, die wir haben, sind die letzte Breise, die gesagt haben, Loi Borischöneis, oder Loi Borachroenis, weil die Mittele fastän sie nicht, und Borischöneis nicht, aber die erste nicht, und die letzte nicht, stimmt das sehr gut. Die Breise, die gesagt haben, mit einem Borischöneis, und einem mit einem Borachroenis, doch Loi Borischöneis hat nicht gemeint, der erste, erste, das hat gemeint, der Mzöööis, ist der Mzöööis missahneis, und der letzte nicht. Wenn Tanja jedoch das meint der zweite Breise, was hat gesagt, bei Achroenis ja, und Loi Borischöneis nicht, hat dort nach Achroenis gemeint die mittelste, kommt jetzt alle drei Breise, das haben gemeint dieselbe Sache, bei dem Zöööis fastmen ja, und der erste und der dritte fastmen nicht. Was hat ich gesagt, was ist das Wort in dem? Es Rashi sagt also, der erste darf man nicht fasten, wie bald der erste nicht, dass er kommen, wie bald, dass es ohne von den Tanja, hat man nicht so stark Machmer gewöhnt. Das ist die Leutokiv Rukse Kula Hai, das ist der Kraschi. Ein von den anderen, die Leutokiv Rukse Kula Hai, ist noch nicht so stark umgestrengt. Weil die sieben darf man sich nicht fasten, wie bald, es ist da eine Nummer von sieben. Einige Namen sind schon als schwerer Matziv. Und die Tanja sind nicht in Takemere Chomo. Aber die meisten sieben Tanja sind mit zu viel, aber man soll sagen, sie sollen fasten. Aber auch wenn der erste darf sie behofft nicht, und der achronische darf sie behofft nicht. Die Mütterle ist nicht doken extra, dass sie behofft nicht fasten. Und sie lieben, dass man sie Tage hier fasten. Es wird aber gewöhnt, dass sie auch noch, also kann man sie fasten nicht, bei der erste und bei der dritte, aber sie sollen sich nicht mehr vernexten, sie sollen nicht essen, kein guter Acholim, sondern sie sollen sich nicht mehr vernexten, weil sie sich nicht mehr vernexten. Also steht, wie viel sie vor der Zechfahrt im Kind, ist einigen Namen, die heute gezeichnet, die fastmen nicht normal, die Taneysen von den Taneysen, von den Taneysen, von den Taneysen, von den Taneysen, aber es gibt auch die anderen Taneysen, wo es ist auch schon gewohnt, als er bei Tavis, als er bei Tamos, als er bei Dome, wo es ist, wo es ist, wo es ist auch noch fast nicht, wenn es sagt, die alle Rabäne mit alles, aber auch vielleicht mit fast nicht, ist aber, die Diener Gidea, die Taneysen von den Taneysen, in derôi�ge, in der Tat, wo es kommen gleich zwei Stückchen, und die Gemöre erklärt, in welchen Mastrin, die Dome, bei Schäuferes, das heißt, dass es, wenn wir betrachten Mastrin, man muss bloßt mit der Schäufer, und der Wort Mastrin, ist man loschen Atruho, Wie ist sie? Atruho, wie ich meine, man muss nachdenken, von der Taneysen, man lernt, doch wenn man loscht, hat er, ist es, die Taneysen, aus dem Taneysen, aus dem Taneysen, also der Leitse Taneysen, darf man bloßt, das ist ein Teich das ist ein Teich das ist ein Teich Und das tut man bei der Lette Taneisim. Und das meint die Mischung zu sagen mit der Losch und Maserin. Eine andere Teich, die andere Teich, die Gamri. Rashi bringt die Reif und die Gemara später. Also wenn es nicht steht in die Gemara da aneinu, meint das nicht aneinu, was man sagt in Bitten und Schwenessere. No, sie meint die Ingen, von Zoyak in Bekoll Rom. Sie meint aneinu, was man sagt, Sof-Sliches, also wie man Masbegiver. Die Gemara ist da, an die Machloike, dass man hier oben da die zwei Schietes. Kosalke, daitech und habe mir noch nicht verstanden, man da oma baaneinu, la oma bescheuferes. Und man da oma bescheuferes, la oma baaneinu. Das meint, sie meint eine von die zwei Teichen. Und das Schieter, was sagt, das ist der zweite Schieter von Raab, was hat gesagt, dass sie meint baaneinu, meint das, aber bloßt bruchlan nicht. Und der Maschmoor wird sein, dass bei der Teines Zibu, und bei den schweren Teines von Teines Zibu, die Letzte Sieben, bloßt man nicht mehr kein Schäufer. Vielleicht die Gemara war Tanja, ein Poiches in Mischewet Taniis ala Zibu, so bei hen Jut Chessasrois. In der Breiise steht befeilig, das meint geblasen mit der Schäufer bei der Letzte Taniisim. Steht, also der Letzte, es muss sein Sieben, und bei den Teines von den Sieben Taniisim, die Letzte Sidra, steht, es gibt ein Jut Chessasrois, das gibt 18 Mal, was meint gemacht Hasroi, mit der Ein, bei Simmel und Dover Yerichoi. Das Simmel zu gedenken, haben wir gemacht Hasrois, ist Yerichoi, und bei Yerichoi hat man geblasen mit der Schäufer, also hat man eingenommen mit der Stadt, ist das, so das Simmel zu gedenken, haben wir bloßt mit der Schäufer, ist die Gemara sagt, ist die Gemara sagt, es gibt eine Erbij, ist die Gemara sagt, das ist sicher, dass die Maserien von unserer Mischne mit mit Schäuferis nicht das, was gewohnt, in der Vikuach, was Rav hat gehad die Vikuach, was Rav hat da und mit der anderen Schieter, was wird dem Ant und auf Jehude, die Machloike sind gewohnt, aber die andere Sache ist noch einmal die Werte, eine wenige, die Gemorre aber bei Schäuferis, die Kulamole, die Pliegi da die Korolei Hasro als in unserer Mischne Hasro meint Schäuferis die Pliegi beaneinu, das meint die Machloike sehr gewohnt so sie scheich beklall, als sagen, aneinu soll kennen, während angerufen in Loshana Mischne Hasro Masrin, so sie kennen auch, was er teilt es ist eine gehrliche, aber anderemol, es ist auch nicht der dritte Perik, in der Mischne, wo sie steht Masrin nicht bei Ateines Zibu von Gshomim nur, wenn man macht Ateines Zibu, andere Poronius, wo sie kommt, steht dort in Dever und noch ein paar Sachen da weiß ich mir schon von den Breis als die Tanesen von den sieben, von den Gshomim mit der Schäufer, aber unsere Scheile ist so, dort kennen wir es anders Maa Soba Koroli Yashroa und Maa Soba Loi Koroli Yashroa Raav hat gelernt, dass Masrin kein meinen aneinu ist bei die Anderoponis kein sein dort ne Teich-Takka aneinu Maschenken Rev. Yehudi hat gelernt dass Masrin kein kein Teich aneinu ist wusser mit Cten Masrin aber viele sind nicht da im Breis wo sie das Maas bei der Semin bescheufer ist sie muss meinen bescheufer ist was er hat nicht kein anderer Teich ist denn aufkeminer der Yehudi betreff ist nur dort, nur nicht da die Gemohr sagt das noch mal Liebe wenn man da immer bei Aneinu der über sagt als Masrin kennt meinen meinen aneinu Koltzschken Ehrhard als es kennt sein Scheich der Wort Masrin kennt meinen in Bescheufer ist aber wenn man da immer bescheufer ist weil der Yehudi ist aber bei Aneinu nicht, sie kennt noch ein Teich von Aneinu die Schuhe ist da was er sagt wie im Jutam hat sich in Gesog die ganze Machleik des Rav mit der Yehudi ist es da was er nicht in Gesog denn er sagt das Aschid ist nicht in Gesog es gibt es gibt noch die Schuhe die Ritzo was leitem ist sehr gut die Schuhe und wir wollen gehen weiter sagt die Gemohr wenn man jetzt gesagt als Bescheu meine Poronius meint Masrin mit Rav meintos aneinu schreien aneinu das ist doch die ganze Schuhe von Rav was bei den anderen Poronius kann sein also Teich schreck die Gemohr dort ist richtig schwer und die Schuhe die Schuhe muss er koop miene Poronius im Masrin die Schuhe die Schuhe geht auf die dritte die die andere Poronius Masrin und die Schuhe die Schuhe sagt wenn was Poronius macht ist sch also meint nicht nosen bei einer Verwachen zu mir, wischwühluach nach Hoshim und Akrabim, die alle Sachen, die es gekümmelt haben, wo sie keinen Schatten auf dem Zivu, steht in der Bireise nicht mit dem Zuhör, sondern mit dem Zuhör. Also steht, nicht mit dem Zuhör, mit dem Zuhör, nicht mit dem Zuhör. Und wie bald der Bireise sagt, dass es zwei andere Sachen, die Zuhör-Kin meint, mit dem Zuhör, mit dem Zuhör, die Zuhör-Kin sicher mit dem Zuhör. Und es steht bei diesen Sachen, die man mit dem Zuhör, mit dem Zuhör, mit dem Zuhör. Und die Gmora sagt, mit dem Zuhör, mit dem Zuhör, mit dem Zuhör, Und das ist doch, dass es zwei Sachen, das ist nicht das selbe Zuhör. Aber die Gmora sagt, dass es nicht ganz einfach ist. Rav wird sagen, also sicherlich, dass es steht in der Bireise als Hasro ein Meint, bei Zuhör. Und in dem, ist das in der dritte Perek, wo es sagt, dass bei allen Meilen und Poronien, dass es mit Masrin, Pastas Meintas mit Zuhör. Und also wieder Birehude. Aber Rav wird sagen, dass es noch nicht so gut, wo es geht, Yoha Zuhör. Und das Bireise ist auch noch ein Bireise. Die Tane, weil eine andere Bireise haben wir getroffen, allein mit Masrin, bei Shabbos. So ist es, wenn sie da hat Zor, und das Shabbos, die Scheile, die extra Scheile, zu Masrin. Es steht, an der ersten Kifur Geist, dass sie kommen, die Chalim, die wir in der Mekom behalten, oder nur, wo es geht übergehen, wo es geht, wo es geht, wo es geht, oder wo es geht, wo es geht, wo es geht, wo es geht, und das Bireise ist auch ein Bireise. Und das Bireise ist auch noch ein Bireise, und das Bireise ist auch noch ein Bireise. Wenn das Bireise ist, die Gescheibeít, ist eben, wenn sie hier an der Mekombe beteiligt sind, aber bei Bequoten, das ist auch nicht, dass sie die Rieschöne, aber es ist eine Frise, wenn die Schiff alleine gelöst hat. Sie wissen, dass sie da hat Zor, mit dem Schabbos, mit der Schabbos, das Bireise ist, dass sie in der Tane Kamel erhalten sind. Also, die Tane Kamel, 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 auf die Sagen der Slichis ist die Reihe zu Rav was er kennt sein dem Luschnof aneinu, und es bleibt dann am Achloikas Tanoim die Achloikas Tanoim bleibt Legabe Poroniois aber wenn wir uns gelernt haben bei uns im Mischne bei den Taneisim, die 7.8 haben wir auf die Ferische Breise am Fettblosen mit Schäuferis weil sie steht bei Ferische, dass sie gewinnen und sie steht auf Semen Yerich Yerich der Schäuferis haben in Dose Demaskon in der Zeit der Rabbi den Nasei der Rav hat die Zare er gaben Apbis Apuroniois die 2.8 er gaben Apuroniois die 2.8 er gaben Apuroniois es gaben den Tziratschomim das gaben andere, das ist auch der Problem immer gängelig er die Jeanne bei den Beirat Geusat Lassasserit Tanoiois mit Geusat Wadde 13 Tanoisim das heißt 23,8 die 2.12 und 7.11 und es gaben Apuroniois Sie ist nachdem Gingang in die Problem Sobald das 2. Das heißt, es ist ein Mensch, das ist ein Mensch, das ist ein Mensch. wo es das Tag gewendet, der Meister bei Rudin ist hier, bei ihm ist fast man alles, mit dem Amtisch zu fasten. Doch Rav Amir hat das gesagt, weil er hat nicht gewollt fasten. Das ist der Teil von Rashi, das ist der andere Ressentur in der Litwoh, wo sie sagen, dass der Garmé hier oben ist, dass der Fischer nicht mehr hat, dass er nicht mehr hat. Nur weil er hat gehalten, dass bei allen Sachen es ein Matrikan ist, dass er nicht mehr ist. Aber in allen Dingen, die Gemüse sagt, das Loch ist nicht wie er. Und das Loch ist, dass bei allen anderen Puronios ist mit dem Amtisch zu fasten also, mit dem Amtisch zustrokes. Hier ist das noch an. Er sagt, wennrachten Ni 예�SCbroken, daszusch�� darmer Teams. Ah, wenn er sehen Sie, dass die anderen Gott haben, den Anfang, Wenn sie nicht verkündigt haben und er sagte, es wird nicht so wочки, dass die Rebe die Rebe ausübricht. Und wenn sie nicht die Rebe ausübricht haben. Und sie nicht verkündigt hat einfach. Die Rebe, die Rebe leont, das ist die Rebe der Rebe. Und er wird noch nicht verkündigt, sondern dass die Rebe ausfestigen Zeit, dass sie die Rebe vielleicht auch nicht in der Rebe ausübricht, aber in der Rebe ausübricht, die Rebe ausübricht werden, es gibt eine ganze Zeit für Rebe ausübricht, die wir also nicht auf den Winter zu machen. Wie wandelt sie zum Weg? zu fasten, verkehrt er mit Fasten, mit allein Fasten, in so Winter, kennen es einmal seine Dik-Shomels, wenn man seine schlimmen Klole. Das ist der Makhloge, das Rebbe mit Ripschimim und Gamliel, das ist der Makhloge, das ist der Makhloge, das ist der Makhloge, das ist der Makhloge. Noch einmal, bei Regen ist sicher am Fasten der Schweiz, und Rebbe lernt, als auch alle anderen Polen, die Fasten der Schweiz weiter, für die Schäuermatrichen, das hat Zibur Yosemidei. Ich sage dir mal weiter, schulduchu Leibnei Ninveh, Rebbe, steht Ninveh, in Irak, und die Menschen von Nibia haben gefragt von Rebbe, sehr interessanter Schäuermatrichen, und die sind in der Zeit noch, denn in der Zeit, nur in der Zeit des Tamos, in der Makhloge. Sie haben gesagt, dass hier der Platz, wo sie da von Yehob, in der Mitte des Sommer, wie wir uns in der Zeit haben wollen, wie wir uns in der Zeit sprechen wollen. Einmal ist die Einheit der Makhloge, das heißt, das ist der Makhloge, 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 oder nicht in der钱, oder dass die Menschen da und da war, Religion, da war, это ist der Makhloge, das ist der Makhloge. Und hierIVE, das ist der Makhloge, der Makhloge, die einhidens YouTuber, und die そ differente한데, in der Moment. Diese Be�se hebben Autoauf dice 300, ist der Ferse. Das ist das Problem dieses Dinge, dass sie offenbar sind, nach der Welt der Finst, nicht zu ver Nickla Einkloge. Das zweite, dieses ist erkar, Section der Makhloge, und diese Einheit der Entfer Judas матери, oder nicht in der Zeitung, wo sie wird, die H crispune sein, Das ist das Wichtigste der Rebbe. Also, wir können ihn sehen, wie er sich vor dem Kreuz und in der Tafil. Da haben wir die ganze Platz nach Ilham, aber es ist nicht ein normaler Seder von Israel und Land, der Seder für die Kastur, sondern sie dürfen sich vor dem Kreuz. Ich frage dich im Mora, im Eiswey, Amor Rabbi Udeh Emesai, Emesai geht er auf und da der Seder taht, was man hebt dann, sov Cheshwin, Kislev, das ist nur bei dem Moment, dass wir schon im Ketik nun, das meint, das ist normaler Seder, der Kitzir, wenn wir mit Nissen, das wir mit dem Ketik, das ist der Seder, das ist normal, wie es so ist, schrungen an der Dmoson, die sie gingen, seine Neitz Yisrael, und das ist auch der Seder von Neitz Yisrael, also zummer darf man nicht gegen den Wintas Jodehregen. Das ist aber, wenn sie die Seder schon im Ketik nun, wie es so ist, schon an der Dmoson, passt, dass die Tanesen solle sein, die Tkufel von Dio, weil dem, also geht nicht gegen den Regen, das ist der Seder. Aber bei dem Mann, das meint, das heintige Zeiten, wo sie nicht do schon im Ketik nun, und sie nicht do, die ist so an der Dmoson, ist hako lefi, das ist hako lefi, das ist doi, mit davon mehr Regen, da muss da von den Tanesen führen auf der Zweiteufel, das meint, wir können fast einen anderen noch ein Doshemolch, hako lefi, am Ekoimolch, das meint, das meint, das ist nicht gegangen, kein Regen, es ist ja auch gegangen, ein Regen, das ist das Befehl, das Kasha, auf dem Psaak von Rebi, was steht, hako lefi, am Ekoimolch, und hako lefi, am Ekoimolch, das meint, also ninwey, am Etaf, am Regen, bei Tamos, es ist einigen Namen, die dort, die Tanesen, das geht nicht gegen Regen, aber lechäu, weil gesagt, das ist auch bei der Lohre, lagabe, dem Ätzem, Tvile, auf Regen, der Besein, der Besein, der Besein, also viele haben einen Platz, und sagen wir das in der Nähe der Zwiebeln. Das ist ein Stück auf der Gemurre, sehr, 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 und wir gehen auf alle anderen Plätze in der Welt, es gibt da einen Plätze in der Welt, zu Drom Amerika, zu Australien, was ist immer gedreht, zum Winter und die Chodoshim, was wir da haben, das ist ein ganz anders, das Seder, Winter ist ein Chodschim, in die Chodoshim von Tammuz, auch dort, es ist kalt, auch es ist immer bei der Kürze Tainis, dort, wie geht der Seder von Betten auf Regen, und dort haben go, go, Asachschitis, andere Schöne willen sagen, also viele Rebbe, die nur gesagt, nicht mehr, weil es nur gewann, wenn ein Stott, aber die große, riesige Platz, was alle Städte, also wie Aschgratz gesagt, Kilo, ob es die ganze Medina, alle, es ist die Medina mit einem, oder die ganze, die Abesche dort, wo alle Städte, darf und hoben Regen, damit kommen ja Betten bei Birch Asachschonim, also dort, Asachschöne, was Dinge sagt, und sie sagen, nein, also Rolf Polske, das meiste, ich bin Betten, es ist nur bei Schömerz, wie beim Betten, dieopodbrich Asachschonim, dieguhe Asachsch protinkung, also bei der Gästen und wie bei der Zusammenarbeit, diegühe, sowie bei hisach, Asachsch protinkung, sehr gut. Das Wort ist in der Bibel, In Dich, wir haben die Becham, wir haben die Becham, die Schwachschöne, und Mechanism, die Becham, die mit der Kirche, die Becham, in die Schöne, die Blüten, die die Schömerz und die Kirche, die Blüten, die sind ein Onlygang zwischen Und Dornes, und der Kirche. Monty ist, wenn die Becham, wenn man diese Becham, Das heißt, Deir ist unter anderem der Zeit das Mott im Bett. Matthäus und meine Wolle sind das Mott im Bett. Und es ist in πänster Ich habe auch noch ein Koffer gesessen. Das war's aus. Ich habe auch noch eine Koffer gesessen. aber auch noch ein Koffer gesessen. Wir haben selbst einen Koffer gesessen ab. Daher sind wir, die ganze Zeit ver petits. Sie wissen, dass ihr zwei Obst. Das, was er zu kommen. Und wenn ihr das Auto macht, dann macht es zwei Tieren, die erste und nächste Woche, dann macht es auch nichts. Das ist also wie die Zure, wie das Sein der Moti. Und dann sagt er, dass er nicht aufgeregt ist, dass es nicht aufgeregt ist. Das ist das kleine Bank, wo man sich aufgeregt ist, dass es nicht aufgeregt ist. Damit ist es einfach nicht aufgeregt. Aber ich glaube, dass es nicht aufgeregt ist, dass es aufgeregt ist. Es ist nicht so, wie wenn du das Sein der Röben, dass das eine Aufgeregt ist. das ist ein bisschen das Leben in der Winkel und das ist ein bisschen das Leben in der Winkel. Man sagt von da, also nicht bedauke muss jeder eine Machen der Hacker sein anders wie normal, das ist kein Kematik, wo es sein offen, die Schirroten Rischusser Raben. Wenn es etwas anderes ist, dann ist es richtig besser. So, die Gimora, ob sie alle von uns bemerkt haben, bemerkt haben, bemerkt haben, bemerkt haben, bemerkt haben, wenn sie sieben Tage sind, haben sie auch zugegangen, wenn sie nicht geholfen geworden, dass man manchmal sich für die Einigung der Welt bemerkt haben, bemerkt haben, machen, Unternehmen, und運zen, ecl保zen, drehen die Binationen, wenn sie ein Norseữ linken haben, wo es ist. Das bedeutet, wenn man Gimora sagt, was ist eine Bination der Bination? An Oil, haben wir einen Norse olarak einittinger der Bination. Was ist eine Bination der Binationen? Es ist eine Binationen aufateuranslage. Man sagt, es ist eine Binationen, die Binationen, die Binationen von Noyensee. An Oil, das ist eine andere Binationen. Der Binationen von Laborat neuroarbekett erницы stoßen. Ein Tylses Tor ist nicht getroffen. als wenn es das geboren geworden als Kind zu dem Melech hat man eingepflanzt das Ilon nicht mehr und der Tag, wo es mit Mama noch gewinnt der Neuerkennig der Kind hat man gemacht, dass Kissen von dem Bein nicht nach hinten sagt Rashi, dass der Warniki das ist der größere Ilon geht in der Messer also der Teil der Melech das ist ein Tier und das können wir nicht einpflanzen weiter haben wir gelernt als Sheilas Sholeim einer soll sagen für die zweite Sache grießen ist echt ein Problem als ich sage geht mir nach Rom dass der Warniki das ist, die von der Warnik die von der Warnik und von der Warnik das ist das aber das ist das das ist das das ist das das ist das Und wenn du es nicht so gut ist, dann kannst du es nicht so gut sein. Aber in diesem Moment, wir haben einen Schicksal-Einigen, zu verändern. Das ist ein Problem, dass wir dann auch ein Schicksal-Einigen. Das sind eine Schicksal-Einigen, aber es ist ein Schicksal-Einigen. Aber in diesem Moment, wir haben einen Schicksal-Einigen. Wir haben einen Schicksal-Einigen. In dem Moment, der Problem ist, dass wir es nicht nur mit der Ebene verpasst haben. Aber wir brauchen ein bisschen wie wir auch nicht mehr mit der Ebene verpasst haben. also bett und bett und bett und event nicht geimpft werden, hat man tracht noch auf ihm, er probiert das ist stark, und es geht ihm nicht, 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 er ist abhazoyen für seine dwegen, also steht in Rashi, der Maschur fragt, also, wenn er über die Maske, der ganze Dine, doch die Dinen hälfte sein Covid, und was er sein, dass die Arten nicht amitreden auf ihm, also ist auch der Maschur, ich habe gesehen, wenn er bei Jode bringt er, also der Problem ist nicht nur, es hat mir aber was er sein, dass er mit dem Ingen von den Philosoppaien, Menschen, wenn er umtrachten, kuhkorn, der Mensch hat gearbeitet, er ist bitter schwer, und wenn er nicht gegangen ist, er allein den Philosoppaien kann nicht helfen, und es ist ein Sittam, Narrische Menschen, aber es werden nur noch nicht, wenn er umtrachten, dass er eine Philosoppaien ist, es ist gar nicht schwer, ist, weil er nicht kann, wenn er um Kurschuf, darf man nicht sein, weil er nicht um Kurschuf, käme Zogen, er ist ein Fertig, weil der Mensch toigt nicht, und man sagt, dass er nicht den Philosoppaien, aber es ist um Kurschuf, hier ist ein Abhazoyen, nicht der Mensch, wenn er nicht das ist ein Fertig, aber es ist ein Fertig, dass er nicht So, wenn ich mir jemals sagte mir, dass er das nicht verauchte, weil er ein Schatz geht, so dass ich einen Schatz geht, dass ich mich unter anden waren, das war Mann, dass ich ihn immer wieder als er sein. Das war das Wagen, und hier haben eine Absicherung zu Jumbo. Das war bei dir, das ist Und der zweite Punkt war der zweite Punkt, wir nehmen ihr Khin. Und sie gingen mit der Kirche und sie kommen in die Kirche. Es ist einer von Dich, einer von den Kirchen, die wir mit dem Kirchen haben, und die anderen sind gegangen und behalten ihr Kind. Und bei dem ist die Kirche, sie ist von der Kirche. Sag mal, die Kirche zu schuldig, von Herrn Nazam Aise, und er ist umgegangen und er hat sich eingebeten und mit dem Gehempel von der Schamang. Er hat auch gesagt, dass er nicht toll ist, dass er nicht mehr weiß ist, sondern er hat sich sicher mit dem Gehempel. So, ich weiß nicht, dass er nicht mehr geht, sondern er ist mehr geht von den Fehlern. Also, das Gehempel, das Gehempel, die Gehempel ist, wenn wir treffen und die Besuche, die da Zadigin, was die Puhule von dem Gehempel, was sie verzerrissen, dass er bei Gott gemacht hat, die Gehempel, die sich helfen. Und sie hat da, was ihm gefallen von der Gehempel, Und er gehört, etwas, was sie haben, wenn es ihm gefallen hat, manchmalGuallen sie mit�le gets twoativos. Also, es wird das Gehempel und das Gehempel der Gehempel. Also, es wird unsen, mitil eine weitere Kirche vom Momenten, damit wir mit der Kirche wissen, es sehen, wie ist die Kirche im readinessen環境 von der Kirche, von der Schamang, die die Kirche versuchen zu bekommen. Das, was du sagst, Dasuswort du zuzog, das Yeshuwa wakoleh, dasInnen geämpet, 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 geämpet geämpet, alsivä, vlänsägelä, vlänsägelä, vlänsägelä. Vlasäken, zä. Maska, du reda, geämpet, geämpet, seämin, rapshowman nachminen, ehä ja ja juä, kadeä kaa... Haaset, jaksivu, jo juä, johu, vlära, johu, vlära. Und teimmävisä, vlänsägelä, 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 ryshin. Er sagt, dass er nicht in der Kirche und nicht in der Kirche von der Kirche von der Kirche ist. Stand klar, nicht noches Leber und Fajten oft und Cut instrument, oder Sie sind foldet. Das Medlod aber keinpreifen, nur Meister, denn der� Union verdadeir Janulo ist. Bes pronunciation ist uns Young deubes, so wollen wir mit sochen Gregorieren, max ich Kopf und okay diescenes. Auf dem Fall. Mein Meloner in der cordelten , dann họÜSee. Das heißt, 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 wenn wir uns in der Bibliothek haben, Vielen Dank. Vielen Dank.